Es ist nicht ganz leicht, dieses Video zu machen. Goethes letzte Worte waren mehr Licht. Ah, das Licht! Es ist hell! Ja, ich werde jetzt von zwei hellen Lichtern angestrahlt, so dass du mich besser sehen kannst. Das ist eine Verbesserung an diesen Videos. Das ist eine Verbesserung an Authentic German Learning und es ist nicht die einzige Verbesserung, die ich in diesem Jahr machen werde. In diesem Jahr 2017 wird es sehr viele neue Dinge geben. Es wird sehr viele Verbesserungen geben, alle mit dem Ziel, dir noch besser dabei zu helfen, Deutsch zu lernen. Okay? Und in diesem Video werde ich dir verraten, was genau diese Verbesserungen sind. Ich werde dir verraten, auf was du dich alles freuen kannst. Oh mein Gott, das ist so toll! Das ist so geil! Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an mir. Ja, es ist nicht ganz einfach für mich, dieses Video zu machen, weil ich dadurch, dass ich es dir sage, auch ein Commitment eingehe. Ich verpflichte mich praktisch selbst dazu, bestimmte Dinge zu tun, wenn ich dir in diesem Video sage, dass ich sie tun werde. Aber ich werde es trotzdem sagen. Ich werde trotzdem dir verraten, was ich alles geplant habe. Denn ich habe so viele coole Dinge geplant für Authentic German Learning, sodass du noch viel, viel besser Deutsch lernen kannst. Okay? Das sind mehrere Dinge. Also, eine Sache habe ich ja schon angefangen. Die Akademie ist jetzt eröffnet. Die Authentic German Learning Akademie ist eröffnet. www.academie.authenticgermanlearning.com Nutze die Akademie, lass diese tolle Möglichkeit nicht ungenutzt und ganz wichtig, höre nicht auf, regelmäßig Deutsch zu lernen. Das ist ganz wichtig, gerade jetzt, wo das Jahr gerade anfängt, ist es wichtig, nicht die Gewohnheit zu verlieren. Es ist wichtig, wirklich jeden Tag Deutsch zu lernen. Wenn du aufhörst und wenn du vielleicht auch kurz zur Zeit aufgehört hast während den Feiertagen, dann fang jetzt unbedingt wieder an, jeden Tag Deutsch zu lernen. Okay? Dafür mache ich diese Videos, dafür mache ich all die Kurse in der Akademie, damit du jeden Tag Deutsch lernen kannst. Nutze die vielen Angebote, die ich dir gebe. Es gibt wirklich sehr viel Material, womit du Deutsch lernen kannst. Wie gesagt, ich arbeite jeden Tag fleißig an der Akademie und mit der Akademie kannst du jeden Tag Deutsch lernen und dich auch austauschen über die Themen, die die meisten interessieren, mit den anderen Mitgliedern, mit mir und so weiter. Schau's dir an und ich freue mich sehr über dein Feedback. Zweite Verbesserung oder die dritte, wenn man diese tollen Lichter hier mit einrechnet. Die dritte Verbesserung ist, ich werde dieses Jahr eine Art Live-Show starten. Ich mache diese Videos, du schaust dir diese Videos an und wir kommunizieren über die Kommentare. So ist es jetzt. So machen wir das jetzt, dass ich Videos mache, du sie dir anschaust und dann hinterlässt du vielleicht einen Kommentar und ich antworte auf den Kommentar oder du schreibst mir eine Nachricht und dann antworte ich auf die Nachricht, dann antworte ich auf die Nachricht. Ich möchte aber, dass das alles viel interaktiver ist. Ich glaube, du wirst mir zustimmen, dass es besser ist, wenn wir mehr miteinander interagieren können. Ich möchte auch ein offenes Ohr haben für dein Feedback. Ich möchte wirklich wissen, wie kann ich dir besser helfen? Was brauchst du? Was würde dir noch mehr helfen mit deinem Deutschstudium? Es ist nicht ganz leicht, dieses Video zu machen, denn ich mache hiermit auch ein Commitment. Ich werde jeden Monat mindestens einmal live verfügbar sein. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, vielleicht mit YouTube live oder mit Facebook live oder mit einem anderen Service, aber ich möchte mit dir live interagieren, und dass ich vielleicht sage, okay, von dann bis dann bin ich live und dann treffen wir uns alle zu einer bestimmten Zeit und dann könnt ihr mich sehen und wir können Kommentare schreiben und ich werde dir live antworten, sodass wir richtig gut interagieren können. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, mir live Fragen zu stellen, so dass andere auch meine Antwort hören. Ich bekomme sehr viele Fragen von euch und ich möchte, dass alle die Antwort hören, denn ihr stellt mir sehr schlaue und sehr gute Fragen und ich denke, es ist für alle hilfreicher, diese Antworten auch zu hören. Mit diesen Live-Shows möchte ich dich auch ermuntern und inspirieren, dann regelmäßig zu lernen, denn manchmal lassen wir das Deutsch lernen schleifen, manchmal brechen wir mit unseren Gewohnheiten, aber ich möchte auch die Möglichkeit haben, dir wirklich live Inspiration zu geben. Ich möchte dich live ermuntern. Das ist eine Sache, die 2017 bald kommen wird. Die vierte Neuerung, die vierte Verbesserung ist der Authentic German Learning Podcast. Ja, ich verspreche dir, ich werde dieses Jahr einen Podcast starten. Ja, der Authentic German Learning Podcast. Ich bin total aufgeregt. Ich denke, das wird total super werden und viele von euch haben mir gesagt, Marco, ich wünschte, du würdest einen Podcast machen. Und dieses Jahr werde ich es machen – versprochen! Und ich freue mich auch sehr darauf, ja, denn ich möchte nicht nur Videos machen, sondern auch Podcasts und Kurse und all sowas. Ich möchte, dass du auf verschiedenste Arten Deutsch lernen kannst. Das sind die Neuerungen, das sind die Verbesserungen, auf die du dich freuen kannst. Bleib gespannt! Meine Empfehlung an dich ist folgende. Wenn du gerne bei den Live Shows mitmachen willst, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du Folgendes tust. Trage dich in den Newsletter ein – authenticgermanlearning.com//free. Like die Facebook-Seite, tritt der Facebook-Gruppe bei und folge mir auf Twitter. Die Links dafür sind alle unten. Wenn du das machst, dann kannst du die Live Shows gar nicht verpassen. Dann erfährst du als Erster, wann eine Live Show ist. Checke regelmäßig deine E-Mails, schau in die Facebook-Gruppe rein oder schau, was ich so auf Twitter twittere, was ich so auf Twitter zwitsche und dann siehst du, wann die Live Show ist. 2017 wird ein tolles Jahr. Es wird ein Jahr, in dem Authentic German Learning sehr wachsen wird und es wird auch ein Jahr, in dem du sehr wachsen wirst. Lass 2017 unser Jahr werden. Lass uns 2017 ganz viel lernen und ganz viel wachsen. 2017 wird fantastisch! Viel Spaß, viel Erfolg und wir sehen uns später. Tschüss, danke fürs Zuschauen! Musik 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 Musik